Wie jedes Jahr steht der Wandertag an und ihr habt keine Idee, wo es hingehen soll? Dann haben wir das perfekte Angebot für euch. Wir, das Geografie-P-Seminar des Gymnasiums bei St. Stephan, haben im Rahmen unseres Projekts einen Wandertagsguide erstellt, der euch mit spannenden Ideen versorgt, um euch so zu helfen, einen möglichst interessanten Wandertag zu organisieren. In den letzten eineinhalb Jahren haben wir zu eurer Unterhaltung 19 außergewöhnliche Ziele in einem Katalog zusammengetragen. Trotz der Corona-Pandemie haben wir versucht, möglichst viele dieser Wandertagsziele selbst auszuprobieren. Diese haben wir dann kategorisiert und um wichtige Informationen und Beschreibungen ergänzt. Anschließend haben wir sie in ein einheitliches Formular eingebettet, auf das wir uns zuvor im Seminar geeinigt hatten. Im weiteren Verlauf des Projekts haben wir uns in verschiedene Gruppen aufgeteilt, die jeweils unterschiedliche Aufgabenbereiche übernommen haben. Die erste Gruppe hat sich um ein einheitliches Layout und die Gestaltung der Titelseite gekümmert. Die nächste Gruppe übernahm das Zusammentragen und Ausarbeiten weiterer Inhalte und Wandertagsrouten. Die letzte Gruppe hat nach möglichen Sponsoren gesucht und zudem zusammen mit der Layout-Gruppe den Druck koordiniert und organisiert. Während unserem Arbeiten ist uns schnell aufgefallen, dass keine Gruppe so wirklich effektiv ohne die andere arbeiten konnte. Einige Kommunikationsschwierigkeiten haben auch dazu geführt, dass wir die Wichtigkeit von Teamwork erkannt haben. Zuletzt haben sich einige Seminarmitglieder zusammengefunden, die die Organisation und Umsetzung des Präsentationsvideoclips übernommen haben.